Was passiert, wenn ein Kolumbianer und ein Chineser sich in München treffen? Hola, yo soy David y vengo de Colombia. Ni hao, yo soy Limbo y estoy de China. Sie brauchen einen Deutschkurs. Hallo, ich bin David, ich komme aus Kolumbien. Hallo, ich bin Limbo, ich komme aus China. Hallo Limbo, wie geht es dir? Sehr gut, und dir? Sehr gut, danke. Trinken wir ein Bier? Ja? Na klar, gern Bier. Klar, los! Lernt eine neue Sprache mit Spaß und Erfolg und findet neue Freunde.